So, hallo und willkommen zurück beim Let's Play von Deponia Doomsday. Wir sind eben noch im Computerraum und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich diese Datasette in diesen Datasetten-Schlitz tun soll. I am not quite sure. Vielleicht stelle ich mich da auch irgendwann mal mit Helm rein oder sowas, aber aktuell, ähm, nee, wirklich nicht. Ganz ehrlich nicht. Nee, ich tu doch da jetzt nicht die Datasette rein und klicke dann nicht auf den Schalter. Sowas mache ich doch nicht. Dann kommt deutlich zur Produktion eine extra. Ist die... Der hat ja aber nur einen Test gemacht, oder? Die war jetzt nicht wirklich da. Weil die war gerade da und dann war sie wieder weg. Ich denke mal, die war bloß zeitweise da. Okay, wir haben auf jeden Fall 10.000 Punkte, heißt, ähm, wo war der erste? Äh, Chill-Out-Zone, oder? Da war ja irgendwo, du bist Nummer 2. Ich fange mal an mit Nummer 1. Aus Gründen der, äh, Zahlen 1. Ich hatte auch gerade keine Behandlung. Das heißt, ich kann einmal reden mit ihm. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt? Eine Massage? Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Meine Hände sind zu zierlich. Ähm, how about we are using this Pantoffels? Hör, aufhören! Ah, ah! Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewaxt werden. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Wir haben noch hier, also wir können auch vielleicht, wie bei Lottie damals, so ein bisschen anders dann einmal hier vielleicht. Aua! Ah, ist das, ist das heiß? Schnauze! Das muss so. Ja, das muss so. So, drei, zwei, eins. Aua! So, fertig. Was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingekleppt. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du's geschafft. So, äh, wir haben... Was rücken... Haar sample. Kann ich damit dann vielleicht auch den A-mäßig, aber kann ich jetzt sicherlich selber... Ach, wo sind nur die Klo... Also, b-b-b-b-b-b, wir können auch gar nicht mehr selber. Oh, nee. Da hinten. Ähm. Ich würde mir das... Ist die Sauna offen? Nee, okay. Da. Die Frage ist natürlich, wollen wir jetzt ihn zuerst überzeugen, oder was machen wir denn? Hm. Ich würde mal gehen zu Nummer 2, wenn wir hier nicht weiterkommen. Du bist Nummer 2. Ah, oui. Datasettenfach. Was passiert? Ich werde mich jetzt die da einlegen. Ähm. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Ähm. Ähm. Hm. Flauschig, warte mal. Apropos flauschig. Ähm. Wir können doch hier einmal, äh, da. Ich meine, das ist so eine Idee von mir. Bist du hier? Scanner DNA-Probe. Brrr. Brrr. Bist du. Ich kenne Spezies. Silber-Wicken-Gorilla. Nein. Moment. Ältester Un. Den nehme ich bestimmt nicht nochmal in meine Datenbank. Auf letztes Mal hat sein Gen-Code meine Subprozessoren benutzt, um seine Fußdaten zu entornen. Waaah. Also das können wir nicht als Kuscheltier klonen. Schade aber auch. Ähm. Machen wir davon eine DNA-Probe? Scanner DNA-Probe. Brrr. Weep. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Hohohohohoho. Hey. Du willst mich doch veräpfeln. Du hast damit angefangen. Das stimmt natürlich. Ähm. Da kleben wir schon ja auch keine DNA-Spuren dran. Hm. Joa. Dann gehen wir noch mal in die Chill-Out-Zone. Und dann gucken wir mal. Ähm. So, Kollege hier. Hallo. Wobei, wir können wir nicht... Wir haben doch hier, also... Joa, wunderschön. Extremität. Gemüt. Behaarung statt auf Farbe. So, kommt hier wieder Auswerfen. Okay. Dafür brauchen wir aber, denke ich mal, zwei davon. Okay. So. Tag, Kollege. Der 10.000-Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen. Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe. Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Was? Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Gut, dann müssen wir, denke ich mal, für ihn so einen basteln. Ähm, wir können ja aber auch nicht gleich sofort hier einmal überreden. Das ist auch ein bisschen blöd, ne? Ein Mixer habe ich den komplett übersehen. Neben der Springform ist der Mixer mein Lieblingsküchenutensil. Allerdings sollte man nicht versuchen, darin Knallfrösche zu halbieren. So, Tag, Kollege, ne? Ähm, wir sind fertig hier. So kannst du vielleicht mal gerade so... Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau. Und in den vier CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Äh, baaah. So, das ist jetzt Chefsache. Baaah. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Die Frage ist, wie bekommen wir das hin? Mix. Können wir den Drink da drin mixen? Da schwimmen mal Fische drin rum anscheinend. Für einen Cocktail braucht man mindestens zwei alkoholische Zutaten. Und eigentlich auch ein Schirmchen. Aber da will ich heute mal nicht so sein. Gut, ähm, ah, da ist was hier. Oh, ein Drink. Noch einer. Drink mit Fischen. Kann ich den da drin mixen? Oh Gott, Agathe. Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tuckleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Das meine ich nämlich auch. Ähm, was müssen wir da tun? Dräger, Glasknopf verlassen, überspringen. Abstellen. Nein, stopp! Tuckleberry Finn darf... Ach, der darf nicht in den Mixer. Hm. Äh... Pfff... Hä? Ja, der sieht echt ein bisschen beschwipst aus. Was muss ich tun? Hä? Ah, ich musste eine große Füllmenge erzeugen und den Fisch dabei nicht, ähm... Ah, ich musste einen großen Drink erzeugen. Okay, ja. Ohne dabei den Fisch irgendwie. Ah, ich verstehe schon. Eh, ich verstehe. Und ich hab's irgendwie nebenbei hinbekommen. Ein komplett fischfreier Drink. Tatsache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Ja, vor allem hast du dich auch darum gekümmert, Kollege, ne? Ähm... Und vor allem, wir hätten ja auch den Fisch einfach so wie hier bei, ähm... Hier, Schulz und Böbermann einfach mal so... Ja, den Fisch. Aber ist okay. So, Datasetten-Schlitz. Wie wär's einfach mal damit? Können wir hier vielleicht so ein Ding erzeugen? Ne gute Idee bestimmt. Wot passiert daun? Ja, du hast dich beschwert, Kollege. Du hast dich beschwert, Kollege. Boah, aber... Boah... Ich will das nicht angucken. Ich will das einfach nicht angucken. So. Ähm... Hm. Was machen wir denn? Ähm... Bam-Badam-Badam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Badam... Hm. Was haben wir denn noch? Wir haben die... Wir können die da... Sam. Wir können die ja irgendwie scannen, aber... Was will die mit einer gescannten Made machen? Die ist voll ekelhaft. Ältestenrat, hast du da oben vielleicht noch irgendwas? Wir können dir erstmal erzählen und uns erstmal um deine Belangen kümmern. So, und zwar bin ich nämlich fertig. Und zwar, und zwar, und zwar... Haha, ich habe 10.000 Spaßpunkte. Wow, Glückwunsch. Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange. Sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Und dann gibt es auch frischen Zupfkuchen. Ein bisschen weniger. So, die Frage ist... Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölzer. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Und zwar, also angenommen... Mal angenommen, jemand hätte Ronnys Datenbank gelöscht. Wäre das sehr schlimm? Keine Sorge, mein Junge. Das kann nicht passieren. Da müsste ja jemand vorsätzlich im Computerkern einbrechen und die Festplatte manipulieren. Und so dumm ist nun wirklich niemand. Oder so waghalsig gerissen und tollkühlen. Nein, ich meinte schon dumm. Immerhin würde er riskieren, ganz Elysium zu zerstören. Ähm, ach, halt die Schnauze. Ähm, hm. Ich meine nicht. Oder natürlich, wenn ihr... Ja, blablablablabla, wir können niemanden hinschicken lassen, oder? Mal, wir haben ja keine Saska. Immer. Also wir können ja niemanden hinschicken, oder? Danke für keine Ursache. So. Ich, 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 Wärmelampe. Können doch immer irgendwas rösten? Es gibt doch nichts über den Geruch von gegrillter Made. War nicht ernst gemeint, okay. Ähm, dass das hätte... Wir können ja die Made einmal scannen, die frei ist, was uns das bringt. Hm, baaah. Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen, baaah. Ohne mich hier als Gott aufspielen zu wollen. Hm, aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Genpool? Okay, brauchen wir anscheinend nicht. Gut, ich will die, will die nicht sehen. Die ist voll baaah. Also die Frage ist, was wir noch tun können. Also wir müssen, ähm, hm, mit dem Essen noch irgendwas tun. Was können wir denn noch tun? Was können wir denn noch tun? Ähm, ähm. Das darf vielleicht, irgendwas vielleicht als, wo haben wir es denn hier? Vorschlag für die Gardinen oder sowas. Also irgendwie wird, äh... Könntet ihr vielleicht irgendwie das hier als Gardinen benutzen? mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Äh. Ernsthaft? Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Entschuldigung. Ohohohoho, endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Was? Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Was haben wir denn für Stoffproben? Leostoffmuster. Zobel! Ohohohoh. Zobel, wir können Zobel. Wir können Zobel erzeugen. Wir können einen Zobel erzeugen. Wir können einen Zobel erzeugen. Zobel, 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 Zobel. Zobel, Zobel, Zobel. Wir gönnen erzeugen einen Zobel. So, er hat seine Zubel. Er hat seine Zubel. So, das ist 0,3. Ja, vielen Dank auch. Leo, können wir vielleicht einen Leoparden drucken? Für den Fall, dass wir einen brauchen. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Na ja, klar. Aber das Zubel war echt, oder was? Hä, die ist weg? Du kannst doch nicht einfach meine Stoffproben wegnehmen. Äh, Ronny. Ronny. Nee, das geht so nicht. Du kannst doch nicht einfach meine Proben wegnehmen. Was? Wir haben gar nichts reingelegt. Das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Bitte was? Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Update Datenbank und drucke Sicherungsdatasette. Ah, Clown. Ich verstehe schon, wo der hin muss. Das ist ja unerhört. Der Vorteil ist, wie du Have Nause Clown-Datas hättest. Der Gen-Code eines Humanoiden. Mit roter Nase, bunter Haut und einem lustigen Gemüt. Ja, das heißt, wir können die auf jeden Falle oben bei dem Cocktail-Typ ne einsetzen. Das machen wir, würde ich sagen, erst in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Vielen Dank fürs dabei sein. Und ja, tschüssi. Bis zum nächsten Mal.